Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Lasse. Ich bin Psychologiestudent an der Universität des Saarlandes. In diesem Video mache ich zwei Pomodoro Sessions mit dir, studiere also insgesamt eine Stunde, jeweils 25 Minuten Lernen, 5 Minuten Pause. Hoffentlich hilft dir diese Session von Studier mit mir motiviert an das Studium ranzugehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viel Erfolg beim Lernen. Los geht's! Jetzt bis zum nächsten Mal. Chao Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.